Was geht ab, ihr Geinser? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Weiter geht's mit der Vektor-Karzing. Karzing, machen wir Lasermarkierer und schnell zielen drauf. Wunderbar. So, was machen wir? Nüktar-Kit vielleicht wieder oder Standard? Machen wir was, Standard. Standard. Ja, Stani. Ebenso Stani, Stani. Was bekommen wir? Pass auf, jetzt Nüktar. Ne, Hydro. Hydro. Was war denn das nochmal? Okay. Okay. Ach, das war die Map, da wurde auf einmal so... Wie soll ich das jetzt sagen? Hat das überhaupt die Map? Ja genau, da war ja Überschwemmung irgendwie, so leicht Überschwemmung denn irgendwie. An der Seite aber auch noch. Wenn man da irgendwie eine Weile bleibt, dann ist da irgendwann überschwemmt. Unser Zeitpunkt ist gekommen. Da hier so, glaube ich, irgendwie war das. Dein Nosekop, Digga. Kein Stuhl. Kein Stuhl, dein Nosekop. Warum komm ich hier nicht durch, Alter? What the fuck, ey? Ich hing da total. Da ist jemand weitergelaufen, ne? Keine Ahnung. Oder ist der nach oben geklettert? Mike Tyson! Kein Schlag. Ah, da ist einer. Oh. Oh. Ja. Wunderbar. Wo sind die denn? Denkst du dir, dass ich deine Steps nicht gehört habe, oder was, du kleine Nörde, du? Du kleine Nörde, du. Ja, ja. Dich habe ich genau gehört. Du warst lauter als ein Elefant. Och, Mann. Ach, wehste. Das ist doch low. Das ist doch low. Kommt gleich einer entlang. Bleib da. Das war ein Head, Alter. Ich war gerade nur noch auf ein Head. Der hat noch morgen Kopfschmerzen. Ach, der Typ hat auf jeden Fall noch morgen seine Kopfschmerzen. Oh, ja. Der ist in der Mitte. Oh, ja. Oh, fuck my life. Dafür hat es leider nicht mehr gereicht. Schade. Schade, 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 schade. So, mach ich den weg. Ich bin auch noch weg. Und dann geht die... Alter, what the fuck. Dann geht das scheiß Fahrzeug wirklich in den Luft. Hat er wirklich auf das Fahrzeug die ganze Zeit geballert, oder was? Alter, was für ein Pisser. Alter, ich brauch zu lange. Ja, dann kriegt mich wieder dieser John Matrix, ne. Alles klar. Hab ja low HP gehabt. Das ist so nett, ich meine. Bei meinen Soldaten... Ich denke immer noch, ich spiel irgendwie Advanced Warfare, ey. Die müssen halt boosten wie der letzte Spasti irgendwie. Glaub ich, Ausdauer wie der letzte Spasti einfach habe, ey. Oh, Mann, 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 Mann. Ey. Ah, da ist Alarm. Oh, Mann, Tyson. Da war er wieder. Von der Seite vielleicht jemand? Och, Mann. Der hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, wie ich nach links und nach rechts gehüppelt bin. Er hat einfach gewartet, bis ich irgendwann stehen bleibe. So kann man es machen. So kann man es natürlich auch machen. Die alten, oder die? So eine alte Hure. Was tun sie denn, mein lieber Herr? Machen sie den auch einfach kaputt? Na? Wie man will? Will da jemand? Will jemand spielen kommen? Oh, Mann. Die spawnen scheinbar wieder da vorne, oder was? Nee, wo sind... Alter, jetzt sind sie da, in der Mitte da. What da? Oh. Wasserfall. Oh. Schön. Ach, ja, ja, ja. Das ist wunderbar. Komm, noch einmal raus. Warum kommst du denn da raus? Ich wollte dich gar nicht. Ich wollte den Typ da vorne, da, weißt du? Der eine oder andere Typ da auf einmal. Ist aber nicht so geil. Mann, was stehst du denn da rum? Kann doch nicht wahr sein, Junge. Kann doch echt nicht wahr sein. Digga, digga, digga. Ach, Mann, warum messer ich... Warum, warum... Wenn ich dich gemessert hätte, hätte ich ihn gefickt. Aber nein, ich muss messern. Ich muss wieder meinen Tyson-Schlag irgendwie raus kompensieren. Keine Ahnung. Ach, mit dat aim, dat aim, dat aim, dat aim, dat kannst du dir echt nicht mehr antun, Alter. Schaltet weg, schaltet weg, das ist besser für euch. Denn in dem Skill, der Skill wird wieder irgendwie... Der Skill sinkt von mir. Ist nicht mehr feierlich. Hm. Hm. Na? Na? Oh! Na hey! Was macht ihr denn da oben alle? Na hey! Oh, ich hab nur ein Messer, scheiße. Alter, der lecker Heini ist da am Start, ey. What the fuck, der leckt sich echt durch die Welt, ey. Also wäre es nix. Leg, 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 leg. Oh. Was haben wir? Oh, 1611, ja. Ja, grüß, ich krieg's normal. Immerhin. Das Update läuft immer noch, Alter. Habe ich schon in AdWords-Offer irgendwie erwähnt? Und jetzt auch in Black Ops 2? Das läuft mehrere Tage lang. Alpha hat den letzten Kill bekommen. Ist ja wunderschön, sein King hier. Ist überhaupt gar keine Anspielung, glaube ich, auf Kollegah. naja wir bleiben einfach mal eine lobby dann haben wir wenigstens etwas ab linken ein schluck geht warum denn ich ja was haben wir eigentlich für punkte sehen hier drinnen blitzschlag hat ein helikopter los erreicht auf jeden fall jetzt in der wunder keine easy peasy damit so wie man ihn vorne als ob ja schaut nach ab link aus was war ab linken noch mal für eine map auf jeden fall schaut es sehr nach regen aus wahrscheinlich auch mit blitzeinschläge und so ich weiß nicht was ablegen ich noch mal wahr was war das denn noch mal für eine map äh ich merke erst jetzt ist ja die black ops 1 map das ist ein Scheiß, Alter. Hey, das ist ja die Black Ops-Eis-Map, oder was? Oh, what the fuck, Alter. Ich denk so, hä? Den Weg kenn ich doch. Ach, ja, das sollte ich nicht machen, ey. Da ist der Gegner Spawn und ich lauf wieder mit dem Rücken vom Gegner Spawn weg. Das sollte ich niemals machen. Das ist der absolute Den-Tot, sag ich mal. Das ist der absolute Den-Tot. Genau. Ich denke, dass du mir den Mike Tyson-Schlag geben kannst, aber nix, der Kollege. Ich konnte dir den leider auch nicht geben. Von daher ist es nur fair, dass ihn keiner bekommt. Finde ich jedenfalls, ne? Kollege. Ach man, der ist ja schon tot. Low, low, low. Nicht normal, hart, low. Was macht er denn hier? Wohin, der Assi-Weste. Der steht da die ganze Zeit, seine Jahre ab irgendwie. Ich komm von hinten und dann, der ist auch gut. Ja, der ist ja geil. Der ist ja geil. Der ist ja geil. Findest du auch, ne? Auch wunderschön. Wunderschön. Findest du auch geil, der da steht irgendwo, ne? Hier ist gar keiner. Der kommt wieder von hinten da, jungen. Ach, der ist tot. Verspannend. Seid ihr denn immer so am killen hier? Kleine Lücken. Oh, wisst ihr, ich hab den hart angehörtet. Bis zum geht nicht mehr, Alter. Den will ich jetzt auch. Was denn? Och, so eine Nutter. Ist der wirklich da drin, wo ich hingelaufen bin? Und dann in der Ecke da. Oh, ist das ein mieser Pisser, er. Den hol ich mir jetzt. Den hol ich mir jetzt. Wer war das? Wer bist du? Wo bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wo bist du? Oh ja, oh, da. Das war aber, glaube ich, gar nicht der Typ. Von daher ist es nicht ein befriedeniges... Egal, vergiss das. Ist hier jemand? Ach, die spawnen wieder da ganz vorne, jungen. Okay. Hammergeil. Oh. Zwei Kills. Oh, da ist noch einer. Ne, das ist unser Kollege. Ist ja low. Ist ja low. Was denn? Ist ja weiter nach vorn gest... Ah, da ist er. Oh, so ein Sprinter. So ein Sprinter. Scheinbar haben sie auch gar keine Drohne, sonst würde er ja wissen, dass ich da bin. Ach man, bleib doch mal stehen, Kollege. Ach man, bleib doch mal stehen, Kollege. Ach. Nach zehn Jahren irgendwie. Ja, bleib doch. Ich hatte doch ein Scheißmesser. Ich habe nicht alles... 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 Ich finde aber die Grafik total von der Map geil irgendwie. Ich bin total erstaunt. Die Grafik finde ich echt hübsch. Hübsch. Hübsch, hübsch. Und hier ist eben da unten los. Da will ich mal mitjoingen. Da legt er vor mir direkt mal ein Geschenk hin und sagt, hier hast du. Wunderschön, danke. Danke dafür, mein lieber Freund. Das finde ich sehr lieb von dir. Dass du mir sowas schönes gibst. Oh. Bin weggekommen, haha. Fuck you, digger. Fuck you. Boah, ich dachte schon, das ist schon ein Fight. Aber ich glaube, die kommen wieder von da, oder? Kann das sein? Kann das sein. Aber man kann nicht durch die Wand gehen. Oh, ist ja, du. Oh, ist ja, du. Die kommen wieder von da. Äh, ne, die kommen nicht mehr von da. What the fuck? Ich bin verwirrt. Ach man, klau mir doch nicht die Kirche. Klau mir doch nicht die Kirche. Ja. Wir sind aber schon hart am absnacken, ne? Das ist ja nicht mehr normal, Leute. Hat die hier gemacht. Wie wir uns beide gleichzeitig hinlegen. So, erstmal drucken. Den hinlegen. Ein ewiges Battle. Oh, ich hab den Kirche gemacht. Cool. Aber der war auch hart angeredet, ey. Der war so hart angeredet. Der war so instant tot. Der Blitzschlagstuhl, der war so hart angeredet. Dass es nicht mal normal war. Ach guck mal, wir haben 18, 7. Ja, wunderbar. Ist auch kein Problem. Ist ja kein Problem. Ich find die Map richtig geil. Keine Ahnung. Allein, wie die ausschaut. Ich weiß, ich hab die schon locker mehrere hundert Male bestimmt gespielt in Black Ops 2. Aber trotzdem, wie ich die Tür. Mir fällt erst... Ich glaub, mir fiel das schon im Frühjahr auf, glaub ich. Ja, locker bestimmt. Wenn ich mir nicht vorstellen, dass es mir nicht aufgefallen ist. Aber bloß... Hab ich es dann wieder vergessen. Und dann fiel es mir wieder ein. Und pipapo. Auf jeden Fall. Ich hab jetzt mal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns bei dem Exportvorn gelauftiert in Black Ops 2. Ich muss... Schaut rein, ihr Ficker.